Oh, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Digimon Masters Online. Jetzt hier eine neue Folge wieder hier bei den Volcamon, wie immer. Okay, was heißt wie immer? Aber jetzt haben wir eine neue Folge, genau. Oh mein Gott, ey, ich hab manchmal so Versprecher, ey. Das ist schon nicht mehr feierlich. So, und ich denke mal, in den 15 Minuten wird es machbar sein, auf 59 zu kommen. Das denke ich mal so. Ich hoffe, es wird einfach. So. So, den hauen wir auch mal eben kurz weg. Jawohl. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der mich einlädt. Sauber, jetzt haben wir schon mal einen. Sauber. Aber der levelt gerade nicht, wie ich sehe. Aber egal, ich glaube, der füllt jetzt erstmal die Party. Okay. Jetzt CR1. Dann wechseln wir auch mal ins CR1. Aber erstmal nochmal den ganzen Pullien mitnehmen, so. Alter, er geht in den vollsten Channel. Tidi. Aber naja. Egal. So, im Ausstrecken und dann... Oh, er battelt. Er battelt. Und natürlich, ihr seid hier voll. Oh, Boltmon. Ein Boltmon. Auch geiles Demon, finde ich. Aber der kämpft natürlich bei meinen. Bei meinen. Also muss ich jetzt in den Vulcaymon, ey. Also zu einem Peil-Vulcaymon. So, jetzt filmen wir hier die Party. Ja, hat sie... Hat sie... Oder wie du heißt. Oh. Ganz viel. Jens, jens, viel. Ganz viele Vulcaymon hier. Ich finde das... Was ich auch noch voll geil finde bei Demon ist jetzt, dass ja einige Demons jetzt schon mit einem AOE-Skill ausgestattet wurden. Zwar nicht alle, aber ein paar. Das erleichtert wirklich das Farm nach Event-Items, finde ich. Dass man sich einfach so in einem Level-1-Gebiet irgendwo hinstellt. Dann den AOE-Skill die ganze Zeit anmacht. Und dann da mal eben die halbe Fläche tötet. Also. Da hat man schon schneller Event-Items als andere Sachen. Ach, als andere Leute. Ach, ich sag, ich hab da so Versprecher, ne. Meine Herren. So, aber Level 59 ist im Ink incoming hier. Aber ich denke mal, sobald er hat sich da eine neue... Eine neue Party gefunden hat, wird der aber abhauen. Er wird nicht lange bleiben. Hab ich so das Gefühl. Oder doch, er shoutet gerade. Er shoutet. Aber ob uns das was bringt, ist was anderes. Weil jetzt sind momentan richtig viele, ja, höhere, höher Level, höher Level, was weiß ich nicht, mein Gott. Ich nehm schon wieder viel zu lange auf, ey. Aber wenigstens habe ich dann was für euch für die Woche. Wo ist das ja nicht? Wie gibt's noch... Ach ja, unser... Hä? 28 Minuten? WTF? Ich hab doch keinen neuen angemacht. Wieso hab ich denn jetzt auch mal wieder XP-Booster hier angezeigt? Hab ich jetzt ein Geschenk gekriegt? Denn ja, wär ja voll geil. Warte, ich guck mal, ob ich noch 0,5 bekomme. Ne, 0,3 kriege ich nur noch. Ja, der ist abgelaufen. Scheint wahrscheinlich dann ein Bug zu sein. Oder die geben einfach nur weniger XP. So, okay, Mann. Das weiß ich nämlich jetzt leider nicht. So, bam. Hau den kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Oh. Schnell ein KFC. Ein KFC essen. Boom. Das ist Alphamon. Alphamon Uriyuken. Aber er levelt. Das ist schon mal gut. Wo levelt er denn auf der Karte? Da. Da levelt der gute Alte. Aber leider finden wir nichts. Wir finden keine Filler. Und das ist halt manchmal halt das Problem. Wir brauchen Filler. Filler, Chiller, Chiller, Miller. Ups. Und bum. Und nochmal. Za. Pam, 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 pam. Hause alle weg. So, 85%. 15% noch. Bis zu einem level up. Da, 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 da. Party 2, 4 level 73. LMV level 51. Ja, das sind wir. Ja, und er ist weg. Sag ich ja. Hält nicht lange. Habe ich ja gesagt. Lange hält dich nicht. Das ist halt der Traurige. Das ist echt scheiße, dass jetzt hier nix ist. Womit wir leveln. So. Und nochmal hier. Joe. Wollen wir sie alle kaputt? Ja, und ich denke mal, ich werde jetzt auch, ähm, den hier, den und den nächsten Part nur 12 Minuten machen. Weil ich denke mal, wenn ich jetzt gleich noch einen aufnehme, denke ich nicht, dass wir dann eine Party finden. Deswegen mache ich nur so kurze dann eben. Also jetzt nur die beiden. Also ich meine, 12 Minuten reichen ja auch vollkommen. Nur hier die ganze Zeit das Gelevel hier angucken. Ich meine, das ist jetzt auch nicht das Geilste, das Warste hier. Ja, ja, er ist jetzt wahrscheinlich hier mit dem Domino reingegangen. Naja. Warte mal. Level 52. Wär auf jeden Fall cooler nämlich einlädt. 1,5 sind 6 Level Mei, holen die rum wegen 6 Level Achso, ich wollte schon sagen Ficken Alter, das ist doch scheiße Weiß, ich hätte gedacht, jetzt haben wir mal Glück Can you a high level Haha, no Can you a high level 4 Nein That's 6 Level 6 Level Hi, 6 Level Den zu hoch Diese 6 Level, alter Macht der so Will der Aber ich sag nichts, ich sag nichts Ich sag nichts dazu Den, 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 den Okay, ob wir auf Channel 0 gehen, sind wir okay, Mann, ohne Witz So, hier, ich spüre meinen Stachel, ey So, kurz, kurz weg hier Geh mal weg Boah, jetzt muss ich hier noch killen, ey Ach, Mann Mach doch nicht solche Probleme Party, die wir nach 50 So, hier geht das Channel 0 Bling 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 der Maze. Maze, Maze, Entrance. Maze, Entrance. Maze, Entrance. So. Ja, jetzt finde ich es uns chillig, ey. Ja, jetzt finden sie alle hier eine Party. Die 53er finden sie alle. Und ich? Ich krieg keinen. Egal, alle gegen mich. Alle gegen mich. So sieht das aus. So. Um 59 ist drin. 59 ist jetzt da drin, oder? Den kriegen wir auch nicht hier. So. Hat. Weg damit. Hauen wir sie weg. Und tschüssig aus. Komm. Next. 93% jetzt gleich. Und tschüss. Und tschüss. Und bumm. Jetzt kriegen wir den auch noch. Also hier sind, ich finde bei Wookaymon ist am besten zu leveln Lala Tode, ey. Aber ich, das Burst Mode ist, finde ich, das geilste vom Aussehen, ja, ja. Und Lala, man hat Burst Mode. Richtig geil. Schwarz, Pink, Weiß, ey, das. Oder Lila, was weiß ich. Das ist, auf jeden Fall sieht das richtig awesome aus, finde ich. Richtig geil. Richtig geil. Ah, 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 ah. Die Leader One hätten wir noch nicht. Das ist ja kacke, ne. So, dann wäre es jetzt der 12 Minuten Part hier. Und würde ich sagen, sehen wir uns in einer nächsten Folge von Digimon Masters Online wieder. Tschüss, meine lieben Freunde. Bye.